Das Borussia Dortmund nach 20 Spieltagen mit 7 Punkten Vorsprung auf Borussia Mönchengladbach und Bayern München von der Tabellenspitze grüßt, liegt auch an der Konstanz der Mannschaft. Trainer Lucia Favre hat in seinen ersten Wochen beim BVB einen Kern gefunden, der kaum zu ersetzen ist, zudem bieten sich dem Schweizer immer wieder genügend Alternativen, um innerhalb des Spiels noch einmal neue Impulse zu setzen. Bislang haben bereits 13 Akteure über 1000 Spielminuten gesammelt, im Folgenden präsentieren wir daher die Dortmunder Dauerbrunner. Als Trainer benötigt man oft ein Grundgerüst, auf dem die Mannschaft aufgebaut wird und das sich im Verlauf einer Saison zu einer wahren Achse entwickelt. Diese Achse hat Favre mittlerweile in Torhüter Roman Bürki, der Viererkette um Ashraf Hakimi, Abde Diallo, Manuel Akanji und Vukas Piszczek sowie Mittelfeldspieler Axel Witsel und Kapitän Marco Reus gefunden. Der 61-Jährige vertraut auch immer wieder auf Rotation, waltet diese jedoch sinnvoll. Von 25 verbliebenen Kaderspielern kamen 23 in der laufenden Saison zum Einsatz, neben Nachwuchstalent Sergio Gomez wartet lediglich Neuzugang Leonardo Ballerdi, wenn auch verletzungsbedingt, auf seinen ersten Einsatz in Schwarz-Gelb. In der Liste der Dauerbrunner befindet sich wenig überraschend Axel Witsel auf dem ersten Platz. Der Belgier, der seit seiner Ankunft im Sommer als Königstransfer gefeiert wird, ist eine unheimliche große Stütze für den Trainer und die Mannschaft, die von der Souveränität und Erfahrung des 101-fachen belgischen Nationalspielers extrem profitiert. Komplettiert wird das Podium von Marco Reus und Roman Bürki, während Abde Diallo und Vukas Piszczek auf den Verfolg-Erringen lauern. Trotz seiner 13 Tore in 20 Einsätzen bleibt Paco Alcacca in dieser Tabelle außen vor. Der spanische Torjäger liegt mit 963 Einsatzminuten knapp hinter Mahmoud Dahoud auf Rang 16, gefolgt von Julian Weigl, 949, und Maximilian Philipp, 881. Enttäuschen läuft die Saisons besonders für Marius Wolf, der lediglich 599 Einsatzminuten vorweisen kann und seit dem fünften Spieltag nur viermal für den Bundesliga-Kader nominiert wurde. Untertitelung des ZDF, 2020